ProLight & Sound 2023. Ich bin hier am Stand von Claypaki. Neben mir steht der Manuel und du zeigst uns heute den Arola Aqua. Was hat es damit auf sich? Ganz genau. Herzlich willkommen hier auf dem Claypaki Stand. Das ist unser neues Spotlight IP66 der Arola Aqua. 900 Watt, weiße Laserengine, 5,5 bis 50 Grad, Zoomrange, 140 mm Linse, alles drin, was das Effektherz begehrt. Zwei GoPro Wheels, Frostfilter, Animation Wheel, Framing, Fahrradrad, CMY-Fahrmischung natürlich, CTO-Filter, alles was ihr da vielleicht draußen gebrauchen könnt. Also kommt gerne vorbei, schaut es euch an. Das Ganze übrigens unter 40 Kilo ist bei IP ja auch nicht immer so selbstverständlich, dass man es klein und lightweight bekommt. Und das haben wir hier versucht und mit dem Arola Aqua hoffentlich ganz nett umgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Und wenn ihr weitere Informationen zu dem Arola Aqua haben wollt, gerne auf der Claypaki Webseite vorbeischauen. Oder natürlich auch live hier auf der ProLight und Sound sich das Ganze anschauen.